Mein Name ist Judith Fischer und ich bin seit 2013 bei der Firma Engel tätig. Seit dem letzten Jahr leite ich den technischen Einkauf für Steuerungssysteme. Wir im technischen Einkauf vergehen eine Schnittstelle zwischen Entwicklung, Qualität, Logistik, aber auch zum Lieferanten und bringen gemeinsam mit den Kollegen Innovationen auf den Weg. Engel aus Mitarbeitersicht, weil es aufgrund der eigentümergeführten Struktur ein sehr stabiles Unternehmen ist. Gleichzeitig ist es ein Unternehmen, das sich immer weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung spüren wir einerseits in den Produkten, die immer wieder mit Innovationen überarbeitet werden, andererseits aber auch die Weiterentwicklung für uns Mitarbeiter, wo wir immer wieder Möglichkeiten haben, Fortbildungen zu besuchen. Engel steht für Österreichs größten Maschinenbauer, genauso wie für einen sehr erfolgreichen Marktführer. Mein persönliches Engel-Highlight ist der regelmäßige Lieferantentag, wo strategische Partner zu uns ins Unternehmen eingeladen werden. An diesem Tag wird bei Vorträgen, Präsentationen und in Gesprächen über Innovationen, künftige Marktbedingungen und Prozessoptimierungen gesprochen. Mein Lieblingsgegenstand, den man mit einer Engelmaschine herstellen kann, ist eine Kameralinse, da diese eine sehr hochpräzise Maschine benötigt. Das Aufregendste an meinem Job ist die professionelle strategische Einkaufsarbeit, welche wir mit modernen Methoden und Analysemöglichkeiten lösen. Genauso aber auch die globale Zusammenarbeit mit den Kollegen aus China, Korea, Tschechien oder USA, aber auch mit den internationalen Lieferanten. An meinen Kollegen schätze ich besonders die offene Kommunikation. Diese zeigt sich nicht nur bei uns in der Abteilung, sondern auch über die Abteilungsgrenzen hinweg und macht ein sehr gutes Arbeitsklima aus. Das Aufregendste an der Abteilung,